Servus und willkommen zu einem neuen Video beim Bavaria Medic. Im heutigen Video der Sanitäter Basics Reihe geht es um offene Thorax-Verletzungen und wie ihr diese mittels eines Chest-Ziels versorgt. Wir zeigen euch im Verlauf des Videos auch noch, wie ihr das Ganze versorgen könnt, wenn ihr kein Chest-Ziel habt. Viel Spaß bei diesem Video. Dann klären wir zunächst einmal, woher solche Verletzungen überhaupt kommen. Diese Verletzungen rühren meistens aufgrund von Stich- oder Schussverletzungen her und dann habt ihr meistens folgendes Bild. Bei Schussverletzungen gibt es das Ganze als Ein- und Austrittswunde und letztendlich habt ihr dadurch eine offene Thorax-Verletzung erschaffen, die in der Diagnose einen offenen Pneumothorax hat. Dieser offene Pneumothorax hat zur Folge, dass der Patient einen Lungenkollaps bekommt. Je nachdem, wie ausgeprägt dieser Pneumothorax ist, desto ausgeprägt ist auch der Lungenkollaps und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, kommt das Ganze mit massiven Atem-Einschränkungen daher. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir das Ganze beheben können. Wie natürlich bei jeder Maßnahme am Patienten, müsst ihr euch vorher Handschuhe anziehen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht, um einfach den Eigenschutz zu wahren. Wir starten mit der Maßnahme mit dem richtigen Chest-Ziel. Danach zeigen wir euch dann die Alternativlösungen. Bei diesem Trainer haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, auch eine Sucking-Chess-Wund zu erzeugen. Dazu bedient die Chrissy jetzt mal einen Blase-Balk. Und ihr seht hier, so würde das Ganze am echten Patienten in etwa aussehen. Also ihr habt eine Wunde, die mit der Atmung mit sozusagen die Luft und Blut ausströmt. Und ja, das Ganze macht so ein schmatzendes, saugendes Geräusch. An sich seht ihr jetzt hier überall Blut und das ist ein bisschen ein Problem für dieses Chest-Ziel. Das müssen wir hier draufkleben. Aber, naja, das Chest-Ziel kann zwar mit Feuchtigkeit umgehen und auch mit viel Haaren, aber so viel Flüssigkeit und Blut ist zu viel. Deswegen, wenn wir das Chest-Ziel öffnen, finden wir einmal nicht nur das Chest-Ziel an sich, sondern auch eine Wundauflage. Die Wundauflage nehmen wir jetzt her, um einfach mal hier grob das ganze Blut und die ganze Flüssigkeit hier wegzuwischen. Hier geht es auch wirklich nicht darum, steril zu arbeiten, sondern um einfach mal diese Fläche etwas sauberer zu machen, damit das Ganze entsprechend klebt darauf. Ihr müsst euch natürlich jetzt vorstellen, während ich das Ganze am echten Patienten mache, spritzt hier weiterhin das Blut raus, beziehungsweise suppt es so raus. Also einfach schnell arbeiten in der Regel. Das Chest-Ziel an sich ist einfach nur eine dicke Folie. Hierbei haben wir ein Chest-Ziel mit Ventil, das heißt hier innen drin, das Wasser aussieht wie ein Stern. Das hat eine Ventilwirkung, sodass Flüssigkeit und Luft von innen nach außen entweichen kann, aber von außen nichts mehr reinkommt. Ihr habt da auf der Innenseite ein sehr, sehr klebriges Pad. Darum sage ich, auch Haare sind kein Problem, denn die werden da einfach mit eingeschlossen. Und jetzt nehmt ihr das Chest-Ziel und in der Mitte, wo quasi das Ventil ist, beziehungsweise wenn ihr keins habt, auch die Mitte, klebt es hier direkt drauf und streicht es einmal entsprechend fest. Das ist eigentlich auch schon die ganze Kunst dabei, um mehr geht es großartig auch gar nicht. Und jetzt können wir euch auch mal diese Ventilfunktion zeigen. Wenn jetzt hier Luft und Flüssigkeit nach außen kommt, hebt sich das Chest-Ziel ein bisschen hoch und die Luft kann entsprechend nach außen entweichen und natürlich auch die Flüssigkeit. Man ist sich ein bisschen unschlüssig, ob wirklich ein Chest-Ziel mit Ventil so viel Vorteil bringt als eins ohne. Allerdings sagt man schon, wenn man die Möglichkeit hat, ein Vantage-Chest-Ziel, also mit Ventil, zu nutzen, dann sollte man das auch entsprechend tun. Und jetzt zeigen wir euch die Alternativlösungen, die ihr nutzen könnt, wenn ihr kein solches Chest-Ziel zur Hand habt. Für die erste Alternativlösung braucht ihr folgende zwei Materialien. Einmal eine Kleiderschere, warum, zeige ich euch gleich noch. Und einmal die Fibrillationselektroden, die sollten normalerweise auf jedem Rettungswagen oder KTB etc. zur Genüge vorhanden sein. Wichtig hierbei zu beachten, wenn ihr einen Patienten habt, der vital gefährdet ist, haushaltet damit. Also nicht, wenn ihr nur ein paar von diesen Elektroden habt, nutzt es nicht dafür. Und das Ganze ist Off-Label-Use, das heißt, es ist natürlich nicht als Medizinprodukt für diesen Zweck freigegeben. Für die Maßnahme an sich, das ist nicht schwer. Ihr öffnet dazu einmal die Packung mit den Elektroden. Und jetzt nehmt ihr euch die Schere zur Hand und schneidet das Kabel ab. Das ist ganz wichtig, da wir uns so die Möglichkeit schaffen, das Ganze nicht zu verwechseln mit Defibrillationselektroden, die wirklich zum Defibrillieren aufgeklebt werden. Ihr habt hierbei auch den Vorteil, ihr habt gleich zwei Patches mit dabei. Zum Beispiel bei Schusswunden einmal eine Aus- und Eintrittswunde. Das Ganze funktioniert vom Prinzip her genauso wie beim Chest-Ziel. Ihr habt von der Klebefläche her auch ein richtig klebriges Gel, das auch die Wunde wirklich luftdicht verschließt, zieht die Trägerfolie ab und klebt das Ganze hier wirklich auch wieder direkt auf die Wunde drauf. Ihr habt hierbei jetzt ein, in Anführungsstrichen, Chest-Ziel geschaffen, ohne Ventil, das aber für eine Alternativlosung nur wirklich, wirklich gute Lösung ist. Und ihr seht auch, das klebt wirklich gut. Hierbei auch der Vorteil an dem Trainer, ihr könnt öfter damit üben. Die Oberfläche ist nämlich so beschaffen, dass man es wieder schön runterziehen kann. Beim echten Patienten würde das jetzt wirklich, wirklich fest draufkleben und es wäre echt schwierig, das Ganze wieder runter zu bekommen. Hierbei seht ihr jetzt auch die abgeschnittenen Kabel. Wie gesagt, dabei wirklich darauf achten, nicht, dass man es noch eben entsprechend verwechselt. Bei der zweiten Alternativlösung braucht ihr im Endeffekt nur auch wieder zwei Sachen. Einmal stabiles Klebeband, hier nicht das windigste hernehmen, sondern ich habe jetzt hier Leukoplast, eins, das halt auch wirklich klebt. Und ihr braucht ein Stück Folie, ein Stück, ich habe jetzt hier einfach ein Stück genommen von der Verpackung der Defi-Elektroden. Ihr braucht einfach was Luft- und Wasserdichtes. Zum Beispiel könnt ihr auch hier die Verpackung von dem Infusionssystem nutzen, also einfach irgendwas mit einer Plastikfolie. Diese Plastikfolie legt ihr jetzt auch wieder direkt auf die Wunde drauf. Ihr seht, ich habe es hier ein bisschen zugeschnitten, damit es auf den Trainer besser passt. Und jetzt gibt es hier prinzipiell zwei Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Ihr nehmt von diesem Tape drei Streifen runter, klebt es an drei Seiten fest. Und jetzt, wie gesagt, ihr braucht hierbei wirklich ein Tape, das gut klebt, damit es auch entsprechend an den Seiten dicht wird. Jetzt haben wir hier die zweite Seite, die wir festkleben. Und zu guter Letzt die dritte Seite. Jetzt habt ihr euch ein relativ primitives Chest-Ziel geschaffen, das sogar ein Ventil hat. Denn ihr seht hier, wenn ich drücke, kommt die Luft hier raus. Aber im umgekehrten Fall saugt sich das Ganze fest und es kann keine Luft nach innen entweichen. Das ist so eine relativ primitive Variante, die ich nutzen kann. Wenn ihr jetzt sagt, euch ist es lieber, dass ich alle vier Seiten zumache, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch machen. Dann habt ihr ein relativ primitives Chest-Ziel ohne Ventil geschaffen. Also einfach nur hier die vierte Seite noch dazu. Alles schön festdrücken. Und jetzt ist das Ganze auch luftig abgeschlossen. Das ist die Hauptsache. Und nun sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr noch Fragen zu dieser Maßnahme habt oder allgemein, stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Wenn ihr jetzt noch Interesse an solch einem Trainer habt, schaut gerne unten in die Videobeschreibung vorbei. Wir haben euch dort mal zwei Shops verlinkt. Einmal Wolfgang Huber und MedicBandages. Dort gibt es diesen Trainer zu kaufen. Und ihr könntet in eurer Bereitschaft, in eurem Kreisverband oder Rettungsdienst diese Maßnahme entsprechend üben. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao bis zum nächsten Mal. Servus. Töne 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 Töne